Also mein größter Heimvorteil ist, dass ich natürlich entsprechend sehr gut und sehr günstig bauen konnte in der Region. Die Flächen waren da, das ist ein Riesenheimvorteil und ich sehe persönlich meinen Heimvorteil einfach darin, dass dieses ländlich-wohnen, städtisch arbeiten, diese Kombination aus dem Ganzen ist ideal und meine Selbstständigkeit durch diesen Online-Vertrieb, die kann überall stattfinden.